ja und leute dann kann ich ja nicht was es ist nicht perfekt aber kann ich ja nichts mehr machen gerade und jetzt jetzt leute man die batterien denkt doch an die umwelt da komme ich nicht hoch so so entschuldigung deswegen ist da überhaupt eine tür spinne automatische spinne ok wer was ist das für ein typ nehmen wir manchmal sehen gerade was also war es ist für ein flimmer ja die automatischen spinne Und jetzt? Die Tür ging nicht auf. Alter! Ich darf mit gutem Recht sagen, das war der gemeinste Jumpscare in meinem gesamten Leben. Das war der gemeinste Jumpscare, den ich je in meinem Leben hatte. Ich... Ja, ist mir jetzt auch scheissegal, dass es überhaupt ein Lüftungsschacht ist. Ja komm, schnapp mich, komm, komm, schnapp mich! Alter! Alter, jetzt bin ich auf Konflikt aus, ich prügel die schwindelweich da oben. Alter, mach's nochmal, komm, mach's nochmal, mach's nochmal! Scheiss! Ich bin gerade so angepisst von dem... Ding! Ding! So, darf ich jetzt hier raus oder greift mich nochmal an? Ja... Hallo! Wo muss ich hin? Da komm ich doch nicht hoch! Hä? Okay... Und sonst hat's hier eigentlich nichts interessantes. Achso. So. Und los. Ich hasse Lüftungsschächte. Was zur Hölle? Ein Necromorph entgegen. Ich bin gerade hier. Hä? Alter. Zum Glück war's gerade dunkel. Hab ich mich gerade nicht so erschrocken an dem Tentakel. Wie zum Teufel landen wir immer wieder an einem anderen Ort. Wir sind vorher in ein Haus hineingekrabbelt oben. Jetzt sind wir hier. Das sieht nach einem Bergwerk aus. Von wegen, ich bin gleich da. Das ist da hinten am Horizont. Das wird sicher noch ein beschwerlicher Weg bis dahin. Wow, 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 wow. Ich frag mich wirklich, wie konnte niemand von all dem wissen? Und irgendjemand keucht und stöhnt da im Wald. Das ist das Bigfoot. Das ist der Slenderman, der seine emotionale Seite zum Vorschein bringt. Wir werden es noch erfahren, da hege ich keinen Zweifel. Lass mich erahnen, das ganze Ding stürzt nach wegen etwas ein. Vorsichtig. Ich glaube nicht, dass wir es einfach so darüber schaffen. Ich glaube nicht, dass wir es einfach so darüber schaffen. Das sind keine Libellen, das sind übergrosse Mücken. Keuschrecken. Das haben... Sie müssen mich doch verarschen. Das war jetzt so ein kurzer Weg zwischen den zwei Notizen. Wo können wir hier etwas übersehen haben? Jetzt mal ehrlich, Leute. Jetzt weiss ich, was wir vergessen haben. Einfach mal so in den Tod springen. Entschuldigung, aber... Ohne Scheiss. Die Dinger sind chronologisch. Die Dinger sind chronologisch. Was habe ich gesagt? Zum Glück sind wir nochmal zurück. Aber es ist echt fies versteckt. Das muss man sagen. Es ist echt fies versteckt. Mein lieber Simon, du warst für mich immer mehr als ein Cousin, schon als wir Kinder waren. Und ich hoffe, du hilfst mir, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Ich sage bloß, dass ich Beulen von, glaube ich, Syphilis habe und habe Angst, dass ich mich zu den Beuligen schicken. Und ich habe Riesenangst und will nicht gehen. Und ich weiss, dass... Ach, zum Glück kann er das nicht richtig schreiben. Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa. Weil Gott und Jesus von allen Krankheiten schützen. Aber Gott und Jesus schützen mich nicht. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Außer mit Papa. Ja. Ach, das ist eine Frau. Ja. Aber... Gott segne und schütze dich, Atalia. Es wäre noch viel kränker, wenn es ein Sohn wäre, aber... Alter Inzest. Oh, Christ. Okay, es ist nicht so weit. Das ist nicht so schlecht. So. Oh, Christ. Okay, es ist nicht so weit. Das ist nicht so schlecht. So. Ich hoffe, da unten war Wasser. Ja, es plätschert. Ja. Oder waren sie nicht. Jochen? Das ist eine Frau in der Schuhe. Rine Reine. Ja. Ich habe den Schuhen. Entschuldigung. 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 Was sind das für missgebildete Typen? Ich weiss, Inzest und so, aber... Alter, dass dabei so etwas rauskommt? So, fast eher aus, als hätten sie hier Atompomben-Test gemacht und das wäre dabei rausgekommen. Och, nee. Ich fragte noch einmal... Ich fragte noch einmal, ob wir noch mehr Kontrahenten treffen als die Kutte-Noma. Oh, die Frage wurde gerade beantwortet. Und es ist nicht Slenderman. Ach, wenn das hier seine Lieblingsumgebung ist. Geht da rüber. Hallo? So. Ist ein bisschen unbeweglich, der Typ. Was ist denn mit dem? Dieser Ficklurch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhören, und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Diese Ficklurch, Alter. So. Da hoch. Wann begegnen wir denn dem netten Herrn? Also das versuchen wir natürlich zu vermeiden, aber wann jagt er uns? Was mich natürlich interessiert, ist seine Todesanimation, wenn er uns erwischt. Glaube ich auch, jeder eine eigene. Die eine hält uns in den Schritt mit der Spitzhocke und der... Keine Ahnung. Esst uns bei einem lebendigen Leibe. Da kommst du doch unten durch. Was sind das für Spinnenmenschen? Ach du Scheisse. Schon vorhin hat er einen getötet. Oh shit. Oh shit. Was sind das für Spinnenmenschen? Was? Sickness hier. Krankheit hier. Gott sei Dank. Diese Menschen sind sogar vor, bevor sie getötet wurden. Was? Ah, da steht noch. Okay. Ja, es gibt schon einen Weg dahin und der führt nach unten. Wie viele Batterien haben wir? Immer nur zwei. Dann bin ich. Oh, nein. Ist doch. Vielen Dank.